Schon ein bisschen kleiner entsprechen und auch leichter mit einem Gewicht um die 150 kg. Auch einen größten Vergleich werden wir jetzt noch sehen. Also bis zu zweieinhalb Meter lang kann ein ausgewachsener Kilo werden, die Leibchen entsprechen. Natürlich ein bisschen kleiner. Was hier so einfach aussieht, das ist schon intensive Arbeit mit den Männerproben. Also etwa ein halbes Jahr dauert es, bis ein Pfleger so mit dem Sinn arbeiten kann, wie wir das jetzt beobachten dürfen.